Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von Peer Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wie immer bestens und wie immer ohne langes Rumgerede legen wir direkt los. Heute geht's los mit Samra, Feuer über Deutschland. Produced by Majestic und Rich. Co-produced by Belucci Boy. Grafikdesign, 83 Pixels Studios. Video bei Roman Romacher. Okay. Das war's, meine Freunde. Legen wir los, dass wir uns überraschen, was Samra hier abliefert. Feuer über Deutschland. Beat ist auch schon mal nice. Stabil kommt da rein auf jeden Fall. Da war doch gerade Savage, wenn ich mich nicht täusche. Doch, war ja safe, denke ich. Ja, Mann, so mag ich Samra, so aggessiv nach vorne auf so'n fetten Beat. Sehr nice. Ein Stück zurück. Was allat massadi, fick auf deinen Vorschuss, ich zerreiß Verträge, Wortkiss, und deswegen siehst du diesen Samra nicht auf Universal Partys. Baby, call, Kata, Lea. Servus, wirst du mir erzählen überhin. Was? Mama, stolz, trotz der Fehler. Auf den Rest gib ich kein Gottverdammten Fick, what? Ich bin... Geil, geiles Ding. Bis jetzt sehr stabil. Ich bin phoenix aus der Asche. Tödliche Wache, weil ich das zum Möglichen zum Möglichen mach. Aber komm, auf phoenix, der Asche, Patent, gehört Asad, Alter. Ja, das war, glaube ich, von ihm, was der damit schon gebracht hat, vor 20 Jahren. Tödliche Wache, weil ich das zum Möglichen zum Möglichen mache. Nein, ich zögere nicht lange, Samra König der Straße. Hör es auf, wenn meine Söhne die Stars sind. Geil, Alter. Ich bin voll, ich bin dafür geboren, hab die Stimme nie verloren, guck mal. Wie er auch in die Hook hinübergeht, ist sehr, sehr stabil auf jeden Fall. Das Feuer über Deutschland würde ich das haben. Guck, ich bin dafür geboren, hab die Stimme nie verloren, guck mir zu, weil ich bis heute nichts bereute. Fick ich euch so wie davor, raue Stimme voller Zorn, nicht wie du. Ich bring Feuer über Deutschland, weil ich real bin, yes, LMA. Yes, LMA. Ich bring Feuer über Deutschland. Geil, ist auch schön produziert, wirklich. Ich bring Feuer über Deutschland. Ich rappe und ganz Deutschland brennt. Großer Fuß im Vierer Jordan auf dem Holzpaket. Wo ich herkomm, wird das Kokain per Void bestellt. Du bist kein Berliner, nur weil du in Kreuzberg hängst. Ja, das stimmt, aber du bist kein Berliner, weil du in Kreuzberg hängst. Aber Kokain wird mit Void bestellt, auch, geil. Wir haben die Treppen in die Charts, kam vor Beckett, ziel in den Park. Super Fotos für die Promo, auch wenn man mich nicht mag. Samra Ghetto ohne Katz, spuck in deine Belletage. Wenn sie mich jetzt töten, siehst du mich mit Lächeln in meinem Sack. Aber wie ich das meinte, so mag ich Samra. Ich würde ja nicht mal sagen aggressiv. Einfach mit starker Stimmung nach vorne gehen. Auf diese Art von Beats feier ich. Das haut rein. Kann man sich in die Playlist klatschen und genießen. Das ist selbe. Wie mit 14, als ich stelle Bahnhofstraße in der Felde. Eierkalt, wie in der Bellet, die hat nichts zu melden. Geh für Rap durch Feuer, denn ich komme aus der Wintergelte. Und die dachte, mir vergeht der Appetit. Wegen meinen Nummer 1 in den Vitrinen. Ich würde nur noch singen, wäre nicht mehr aggressiv. Aber hey, ich bin Samra und zerficke jeden Beat. Ich bring Feuer über Deutschland. Aber das, was ich meine, muss nicht immer gesungen werden. So, obwohl das auch immer nice ist, cool. Aber das ist einfach durchgehender schöner Rap. Gefällt mir gut. Hey, ich bin Samra und zerficke jeden Beat. Ich bring Feuer über Deutschland. Guck, ich bin dafür geboren. Hab die Stimme nie verloren. Guck mir zu, weil ich bis heute nichts bereute. Ficke ich euch so wie davor. Raue Stimme voller Zorn. Nicht wie du. Ich bring Feuer über Deutschland. Weil ich real bin, yes, Leme. Ich bring Feuer über Deutschland. Ich bring Feuer über Deutschland. Keep in the way, oh, me, oh. Weil ich... Ich bring Feuer über Deutschland. Guck, ich bin dafür geboren. Hab die Stimme nie verloren. Guck mir zu, weil ich bis heute nichts bereute. Ficke ich euch so... An dieser Stelle schöne Grüße an Majestic und Rich. Geiler Beat, Alter. Wie der Vorraue Stimme voller Zorn. Nicht wie du. Ich bring Feuer über Deutschland. Weil ich real bin, yes, Leme. Still jetzt. Ich bring Feuer über Deutschland. Video ist auch cool geworden. Feuer über Deutschland von Samra. Mit Gastbesuch im Video von Cool Savas. Weil er damals dieses Feuer über Deutschland, glaube ich, gemacht hat, wenn ich mich recht entsinne. So, meine Freunde. Auf jeden Fall gibt es ein Like. Starker Song. Schöner Rap. Einfach durchgehender. Guter Rap. Gefällt mir gut. Mal gucken, was ich an Flammen verdrücken hier. Auf jeden Fall drei Flammen, Alter. Stabiler Beat. Und stabile Parts. Drei Flammen hat das Song, das ich verdiene. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall Feuer über Deutschland, meine Freunde. Von Samra. Gibt euch den Song. Ansonsten habe ich wie immer schon alles während der Reaction gesagt. Klicks hatte er 5 Minuten 81 Aufrufe. Sorry, Alter. Bin schon ein bisschen müde hier. Ziemlich spät wieder. So, das war's. Samra mit Feuer über Deutschland. Produced bei Majestic und Rich. Like ist da. Die Flammen sind da. Ansonsten, wie gesagt, alles wurde während der Reaction gesagt, meine Freunde. Bleibt stabil. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin. Peace. Ich bin raus.